Wie viele Arzt du denn heute treffen? Ich denke mir geht's gut, gut aufgestanden, ins Büro gefahren. Ich weiss gar nicht, wegen dem gestrikulieren, sagst du mir? Ja, manchmal. Ja, gut ins Büro gefahren. Wann kommst du am meisten, wenn du morgen am Arbeitsplatz kommst? Ähm, klar, mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich habe das Glück, dass ich mit Wirki und Lesen zusammenarbeiten darf. Ich freue mich auch immer auf Projekte, weil eben für mich sind nicht unbedingt immer die grossen Ziele, das Ziel, sondern auch der Weg. Und alle Projekte begleiten in diesen Besprechungen, mit dabei zu sehen, wie es fürchtlich geht. Das macht mir Freude. Und auch die Funktionen von ULU wirklich zu designen. In welcher Moment ist wirklich eine Entscheidungseite für ULU? Einerseits hatte ich das Problem, als Leiter eines Ausbildungszentrums die Lehrstelle zu besitzen. Und herausgefunden, wie schwierig das da ist, das zu machen. Und dort war es so ein Aha-Moment, als ich versucht, eine Software zu suchen. Und nichts Zahlbares gefunden habe. Warum wolltest du immer deine eigene Firma? Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, keine können sie besser. In der Lehre habe ich mich fest über die Führungskräfte, die ich kann haben, gejagt. Und habe auch Konzerte organisiert. In der Freizeit hat mich immer sehr fasziniert, um etwas zu schaffen. Und gerade beim Konzert organisieren ist der Traum mit Lukas zusammen entstanden, dass wir irgendwann einmal zusammen eine Firma haben können und eigenbestimmt arbeiten können. Ja, und so ist auch der Traum entstanden. Oh! Hey, der wollte! Das war kein schlechtes. Das ist nicht. Wie würdest du zukünftige Gründerinnen und Gründer raten? Also ganz klar nicht aufgeben. Ich kenne nur unseren Weg. Und unseren Weg ist wirklich gut gelaufen, wenn Glück gehabt. Aber ganz wichtig ist, dass man nicht aufgibt. Und fest die eigenen Ideen hinterfragt. Ein gutes Team. Uns wäre es auch, wir haben es Dritten gegründet. Und jeder und jede hatte mal eine Krise, aber nie gleichzeitig. Und darum haben wir auch nie aufgegeben. Ich würde, aber das stimmt nicht für alle, sind transparent, ehrlich. Da glaube ich, wird belohnt. Und geniessen den Weg. Wo ist es? Ich hoffe, dass wir dann ein Team von vielleicht etwa 50 Leuten sind. Mein Wunsch wäre jetzt zu sagen, dass wir wirklich eine Lösung bieten können, die jetzt auch das Bewerbermanagementsysteme nicht können, wo noch niemand die richtige Lösung gefunden hat. Und zwar, was Active Sourcing genau richtig ist. Oder wie das Bewerbende und Firmen sich wirklich gut finden. Und zwar zu fairen Konditionen, hoch automatisiert. Und wir haben eine Vision. Und das wäre cool, wenn wir in zehn Jahren die Antwort wirklich geben könnten. Was wird die nächste grosse Entwicklung sein? Die nächste grosse wird das automatische Anonymisieren von Kandidatinnen und Kandidatendossier. Und zwar geht es darum, wir finden, dass alle Anspruchsgruppen ... Und zwar auf eine Art und Weise, und das ist uns enorm wichtig, die für alle Anspruchsgruppen wirklich gut ist. Einerseits für die Bewerbenden, dass ihre persönlichen Daten automatisch verschwindet und niemand mehr auf das Zugriff hat. Nicht einmal mehr in irgendeinem Postfach. Aber andererseits aber auch für die Unternehmen, dass sie die Daten, die für sie wichtig sind, wie beispielsweise, von wo, dass wie viele Bewerbungen kommen, sind vor ihrem Kanal und wann das funktioniert und wann nicht funktioniert, dass sie da weiter behalten können und die Rückschlüsse im Duelo gesenden. Und das wird der nächste grosse Schritt sein, den wir machen werden. See you bald!